Das ist ja nicht schmerzend. Ich glaube, hier liegen, oder? Das ist ja ein bisschen. Das ist ja ein bisschen. Ich habe hier nur liegen, oder? Kannst du auf das andere Ding dann? Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Das ist ja so. Ja, das ist ja so. 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 Okay, ja. Wir kommen aus dem sächsischen, oder? Wir kommen aus dem sächsischen, aus dem östen. Aus dem östen? Ja. Und alles da war so okay eigentlich? Na ja. Wir waren jetzt Montag früh los nach Bayern. Also nach Augsburg haben wir da gefangen. Und die haben jetzt die Misten da jetzt in Schürbel zu stecken, oder? Und jetzt ist wohl irgendwie eine Fliegwelle von Tschechei, die da rumbekommen soll. Ich bin da unten. Na ja. Wo wohnt denn da in Dresden auch schon? Ne, uns betrifft das nicht. Wir sind so am Rand von Dresden. Aber arbeitstechnisch sind wir halt schon sehr viel gesperrt. Aber na ja, ich hoffe mal, dass das nicht ganz so schlimm ist wie 2002. Wir kommen aus Berlin, aber Dresden ist unsere Lüftenstadt. Ach so? Wir sind in einer vier, fünf Mal da. Das ist ja auch schwierig. Wir waren jetzt gerade vor drei Wochen unten gewesen. Aha. Wir haben einen wunderschönen Spaziergang gemacht, drüben auf der Elbseite. Wo der Stauden... Okay, dann kriegt mich ja nichts. Das ist Katzenfutter, das war schon. Ja. Die hören das Geräusch, das ist fantastisch. Das war gut. Das war gut. Ja, ich habe ihn draus gesehen. Ja, ich habe ihn draus gesehen. Ja, ich habe ihn da. Ich habe ihn draus gesehen. Das war gut. Ja. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Der Klinik kriegt wieder nichts, ja. Der des Katzenfutters, das weiß ich schon, ja? Ja. Wir müssen mal deine Hand nehmen. Sehr aber gierig. Oh, boin. Okay, this one. Ah, ich kann ihn auch. Okay, this one.